Hallo YouTube-Freunde! Ja, ich weiss heute kein Video dran, aber hier noch eine kurze Info. Ich hab's jetzt als Shark-Cards eingeblendet. Schauen wir mal. Äh, jetzt hab ich leider die Nachricht gekriegt, dass ähm, Ding, der Film, äh, wenn ich den hochgeladen hab, dick und top auf hoher See, wurde ja gelöscht, weil irgendjemand wieder gedacht, du, darf man nicht? Also, Ding. Dann, äh, ja, wurde gelöscht. Ich hab's jetzt, hab ich's jetzt auch gesotiert. Also, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den hochrate. Ich hoffe jetzt, niemand zeigt mich in anderen Videos, aber ich glaube, ich hoffe nicht. Bitte macht das nicht. Ähm, sonst ist hier dann Ende geschacht. Also, sonst muss ich mir einen komplett neuen Kanal aufbauen. Und, ja, jetzt hab ich Let's Plays und Videos, hatte ich jetzt einfach keinen Bock, einfach nochmal alles neu anzufangen. Weil, ja, das mach ich jetzt fast seit sieben Jahren. Sowas. Und, ja, 3000 Abos sind jetzt in diesen sieben Jahren echt viel. Und, ja, klar musst du jetzt aufpassen. Und ich weiß nicht, wie viele Strikes, dass ich jetzt noch hab, wie viele Strikes, dass ich mir erlauben darf. Irgendwie noch Mail her. Ja, ich glaub, wenn ich noch eins, ich glaub, noch eins, zwei habe, dann ist es weg. Und jetzt hab ich aus Sicherheitsgründen, hab ich noch die schottische Musik auch weggelöscht. Weil, wenn jetzt wirklich nur eins, zwei ich noch habe, dann ist's Ende. Dann ist's fertig. Und, ja, ich mach jetzt einfach weiter meine Gaming-Videos und irgendwelche Infos-Videos. Äh, ich hoffe, das ist für YouTube okay. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie mir das jetzt auch noch irgendwas anderes machen. Ich hoffe, jetzt bleibt das nicht so. Also Gaming wird jederfalls kommen. Irgendwelche, äh, Ausflüge-Videos oder, äh, also Ausflüge-Videos und so. Irgendwelche, keine, keine, keine Ausflüge-Videos, das werden jederfalls kommen. Also Ausflüge-Videos, äh, Gaming wird auf Twitter betrieben. Ich hoffe jetzt aber nur, äh, also eins wurde auch mal, ich glaub das war auch irgendwann im 17, wo ich den Radio laufen lasse und will mehr lässt. Also ich hoffe jetzt, wenn der auch, wenn dir jetzt jemand doof tut, in diesem Strike, ich bin weg. Und das will ich jetzt nicht. Ich will jetzt hier nicht nochmal einen Kanal aufbauen und dann hier nochmal alles von vorne anfangen, weil, ja ihr wisst selber, beim Alice ist ja das Problem, dass es ja, alle Videos, alle Videos, in volle Pule aufgenommen, jetzt wie gesagt seit sieben Jahren voll dabei, seit zwei Jahren, ging das alles komplett durch die Decke und, ich will auch nicht hier irgendwas an Strike nochmal einkassieren und dann bin ich weg, hab ich keine Lust drauf. Ja, ja ihr wisst ja selber, beim Alice ist ja das Problem, dass es ja, wenn du Musik rein machst, passt das ja nicht. Und ich bin jetzt ja eigentlich niemand, jetzt will ich es nicht riskieren hier irgendwas zu machen, deswegen probier ich es hier ein bisschen, Piano anzugehen und ich hoffe, dass das, dass jetzt kein Strike ist. also ich will jetzt auch keine Videos mehr, irgendwelche Art von, Videos, von der gleichen Art und Weise, hochladen und so, weil, äh, aber ich kapier's nicht. Da ist ja der, also weißt, das ist ja nicht jetzt irgendwie was gewesen, ja, was echt altes, das sind alte Filme, das hat jetzt eigentlich jahrelang immer gut funktioniert. Gut, dass der eine, Dinosaurier Film, von der BBC, eigentlich gelöscht worden ist, oder direkt auf mir den, Stempel aufgeschnitten hat, ist ja okay, aber, äh, ja, jetzt will ich halt aufpassen, jetzt will ich halt, äh, jetzt, wie gesagt, aufpassen, müssen, und jetzt will ich dann vermuten, ich halt einfach, wenn ich überhaupt die Videos hochrate, dann hat ohne Sounds, und eigentlich will ich jetzt hier den Kanal schon echt gerne behalten, also bitte, Leute, egal wer das sieht, bitte macht jetzt einfach keinen Scheiss mehr. Also, ja, das ist geil, das sieht's nicht, aber ich will einfach eine Bitte euch raushauen, sonst, äh, machst das, und dann müsst ihr alles wieder von vorne anfangen, auch. Also bitte einfach, jeder, wo das jetzt hier sieht, bitte, aufpassen, ich mein aber gut, ihr könnt mir schon schreiben, ja, hey, das und das ist nicht gut, das ist eigentlich kein Problem, ich bin ja offen hier. aber einfach ein bisschen, äh, schauen, mit melden, ich hab einfach, das ist nur eine Bitte an mir, von mir, weil, äh, ja, ich hab einfach keinen Bock mehr irgendwie, irgendwelche Streiken, und dann hat man ja alles jetzt von vorne anfangen, sonst, äh, weiss ich nicht, ob ich überhaupt noch alle Maps, dann noch weiterführe, oder ob ich dann da komplett aufhöre, dann, wenn jetzt der Streik kommt, noch mal ein dritter, ich weiss auch nicht wie viel, ich weiss auch nicht wie viel, Sie sehen, was irgendein Geruch überrecht, also, bitte einfach ein bisschen aufpassen, auch allgemein bei anderen YouTubern, gut, ihr könnt ja schon, wenn ihr merkt, so, ja, ist jetzt nicht grad das, oder illegales Zeug, ein bisschen aufpassen, ne, also, überall, ich gebe auch die allgemeine Warnung, ein bisschen aufpassen, äh, bei anderen YouTubern, auch, also, sag jetzt nicht, jemand, der jetzt in jedem Video hinten nachsagt, da, 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 nur will ich einfach sagen, fahrt, dass ihr irgendwelche Videos streikt, äh, schaut euch das zuerst mal an, ihr könnt es ja schon melden, aber ein bisschen mit überlegen, hey, ist es geklaut oder nicht, also, wenn ihr ein YouTuber kennt, wo das macht, und ihr wisst, es gibt einer, der klaut die Videos, das gibt sie gerne auch einmal, zuerst mal einfach ein bisschen nachforschen, ich weiß keine Zeit, aber wenn ihr jetzt seht, Fake Profil, und solche Sachen, gibt es immer, also ein bisschen schauen, von wo, dass die Videos kommen, ich meine aber, ich probiere jetzt hier auf, nur mehr Gaming betreiben, und irgendwelche Ferienvideos machen, und ich schaue schon, dass es einigermaßen hier, äh, ein bisschen, äh, maßen ist, ja, dann haben wir jetzt als Info nochmal, wie gesagt, die meisten Videos sind jetzt weg, also ich habe jetzt die schottischen Musik weggepackt, und, ähm, die Dinge gepackt, wie gesagt, der Film ist jetzt weg, Anime sind glaub gar nicht mal, ich glaube Anime sind gar nicht mal, aber es ist nicht so schlimm, glaube ich, also einfach ein bisschen aufpassen, ne, also, ihr habt euch noch einen schönen Sonntag noch, wenn es dir gefallen hat, lasst bitte ein Abo da, wenn es, ja, also besser gesagt, wenn es dir gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen, oben da, schreibt es mir schnell in die Kommentare, äh, wenn du noch kein Abonnent bist, bitte abonniere mich, wenn du ein Abonnent bist, folge mich bitte auf Twitter und Instagram, ist mein Titel bitte über den Abonnent-Button verlinkt, das ist auch mein Zweigkanal verlinkt, äh, schon, tschau, 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 Leute, tschau, tschau, vier. . Schau. .